Puh, keine Lust mehr auf dem Schlachtfeld selbst den Kopf hinzuhalten? Dann werdet doch einfach General und wir liefern dieses Wochenende vom 28.04. bis 1.05.2017 die passenden Spiele in unserem Sega Sale. Beginnen wir zum Beispiel als römischer Feldherr in Total War Rome 2 Emperor Edition und ziehen gegen die damals bekannte Welt. Imperium verwalten und große Schlachten schlagen gehört natürlich zu einem großen Imperator und jetzt könnte das auch schon sein für einen 78% günstigeren Preis. Doch wenn ihr lieber als die Horden Attilas Unheil stiften wollt, empfehlen wir euch das gleichnamige Total War Attila. Hier könnt ihr zwar auch das römische Reich spielen, aber dank der neuen Hordenfraktion spielt sich Attila nochmal anders als sein Vorgänger Rome 2. Am Wochenende auch für 78% weniger im Laden. Könnt ihr den Römern und den Horden Attilas nichts abgewinnen, bieten wir euch gerne eine Alternative an. Mit der Total War Shogun 2 Kollektion bekommt ihr alles, um euch auf den Weg zu machen, euren Clans zum größten in Japan zu machen und den betitelten Shogun herauszufordern. Für 75% weniger Startkapital könnt ihr morgen schon ganz Japan besitzen. Wenn historische Settings nichts für euch sind, haben wir auch das mehrfach prämierte Total War Warhammer stark reduziert, um genau gesagt 58%. Falls ihr noch tiefer in das Warhammer-Universum einsteigen wollt, haben wir direkt auch alle DLCs zu Total War Warhammer reduziert. Wie zum Beispiel das Total War Warhammer DLC Realm of the Wood Elves mit 26%. Falls hier noch nichts für euch dabei war, gibt es natürlich noch viel, viel, viele mehr Sega Titel im Angebot auf unserer Seite an diesem Wochenende. Also vom 28.04. bis 1.05.2017 Gamesplanet.com besuchen und ordentlich sparen beim Kaufen von Sega Titeln.